Viele denken, ach, wenn ich immer verzeihe, 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 dann werden die Leute irgendwann auf meinen Kopf steigen und ich werde zum Schluss das Nachsehen haben. Total falsche Denkweise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, mazad Allahu abedan, bi'afwin illa izzah. Je mehr ein Diener vergibt, verzeiht, umso mehr Wert hat er bei Allah. Umso mehr Wert hat er bei Allah, liebe Geschwister.